so bist du mein blick johnny 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 get besatzungsmitglied mit miller johnny bekleider mit miller johnny get away realisten aufträge ach so jetzt haben wir bei matt aufträge das ist ja hübsch ich drücke jetzt mal tab nacht muss nicht sein ach nee nachts ach du mit deinen upgrades immer geld super sprung was haben wir da sprung weite weil habe ich direkt den zugefügt bekommen ja dann aber kreiz nachts muss sein bekantheitsgrad sinkt schneller nord können wir mal machen man muss es ja nicht vorkommen lassen wir haben jetzt zwei neue nehmen aufgaben der schwur und loyalität nightfall superbegleiter matt miller haben wir jetzt aber ich meine ich gehe mal ich gehe mal in die virtuelle welt falsch wo ist die virtuelle welt hör auf so komische sachen zu reden ich habe angst ich glaube du bist geistes krank jetzt nicht auftrag was ist das ich will die kombi machen einfach oder was ist das ich weiß nicht was du zur hölle jetzt gerade will ich will in die virtualisierung dürfen wir nicht irgendwie ja dann mach mal ja cool jetzt dürfen wir was ist warum koop auftrag ich verstehe das nicht ach guck mal er ist wieder da nein du bist nicht johnny wo ist meine schnipper nein ich mache jetzt keine halben sachen mehr wo ist meine schnipper falle du fliegst der gesagt falle lol mein handy hat gerade gesponnen ja ah jetzt ist hier ruhe wieso habe ich keine waffen mehr in der hand mach das doch nicht wenn ich den gefrieren will mach das doch nicht wenn ich den gefrieren will ich hab ihn was für tasten muss man jetzt drücken ich habe neue kräfte hast du stampfer sehr schön jetzt können wir auch die stampfer teile sammeln müssen wir jetzt wieder ein ja lol das war cool lol das wird weggeschleudert ist doch schön jetzt hör auf damit ist das eine andere der geschlossene klug auf ja guck mal Guck dir mal an, wie der fliegt. Jetzt hör auf damit. Ey. Warum tust du sowas? Sobald du das die ganze mit mir machst. Oh. Ach, das war's schon. Der Wächterstampfer. Da, 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 da. Vier, sechs Geld. Ach, du bist sowas von weit zurück. Stampferelement Felsen. Haben wir da jetzt eigentlich auch dieses DLC-Explosionsstampfer-Ding? Muss gucken. Da macht es bestimmt im Spiel. Tabulator? Ich hab Upgrades. Ich hab Bonis. Ja, wir haben das. Und? Ach, ich muss warten, bis das geladen ist. Ich probier's am Olli aus. Der steht grad zu füßen. Auf der Tasse war das? F3. Warte. What? Was der Unterschied hier zwischen? Felsen macht nur Rums und das macht Krabim. Krabim. Wurumskrabim? Wurumskrabim. Was ist das? Oh, ich wollte gucken. Was ist das? Das ist, äh, Fight Club. Lol. Ich gewinne. Cool, das machen wir noch. Ja, ich auch. Das sieht sehr schön aus. Oh, das erinnert mich an hier. BAMS. Lol, Gangster. Wann? Au. Boss Battle. Okay, ich würd sagen, wir kloppen. BAMS. 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 Ich meinte, äh, lol. Boss, wo ist das? Das ist Nightblade. Der ist doch ne Pussy, den macht jeder platt. Wo ist er? Wo ist er? Weißt du, wo der ist? Ach, es fängt noch gar nicht an. Lol, den geht's öfters. Hab welche gekillt. Guck mal. Piu. Der hat auch super Kräfte. Das ist auf Zeit, mach sie tot, Mensch. Ach so. Ja, warte. Gib her. Wie der Blut an der Wand klebt. Ist doch schön. Wave 2. Burning Man. Au. Geh weg, Burning Man. Ich mach mal Telekinese-Kirze, krieg ich wenigstens diesen Erfolg da. Na komm. Autsch! Das wird zuhören. Oh, Telekinese ist doch für den Arsch. Warum schaffst du es nicht? Ich treffe alles Mögliche, nur nicht meine Ziele. Das gibt es doch überhaupt nicht. Was gibt es noch an Telekinese? Wir hatten ja noch... Genau, Explosion. Das war ich nicht. Er kommt jetzt. Ach, Nightblade ist da. Hallo, Nightblade. Warum kann ich dich nicht mit... Ey. Hat es was genützt? Boah, dem haue ich jetzt einen ins Mordor. Auch Nightblade muss man mit Fäusten besiegen. Und Nightblade ist da. Exekutieren, okay. Zack. Ich geb ihm. Ich geb ihm richtig. Ich seh nix. Bei mir steht so nur Glück da. Und ja, ja, ja. Zack. Interessant. Das war jetzt gar nicht so schwer, wie ich erwartet hab. Und auch nicht so Superpower, oder? Naja, naja. 15,5 Geld. Das steht für 5000 noch was, du Depp. Ich weiß, ich bin Arsch. Ich bin's gern. Das war's doch schon immer, das wirst du auch immer bleiben. Oh, ja. Mit 80 wirst du genau der selber Arsch sein wie... Tablette Ubergreit. Hä, wieso hab ich 586.000 Kohle? Hab ich was nicht mitbekommen? Bei Stampfer kann man voll viel upgraden jetzt. Ist mir egal, ich hab ne halbe Million. Woher? Wie, du hast ne halbe Million? Ich hab 548.704 Kohle. Weißt du was? Ich bin da mal am Waffenladen, ne? Warum hast du so viel Geld? Weiß ich nicht. Ich hab's auf einmal. Wo ist der Waffenladen? Jetzt gibt's erstmal die Special Schnipper. Und wahrscheinlich noch ne andere Waffe. Hast du irgendwas gekloppt, was irgendwie besonders war? I don't kniff. Waffen kaufen, verbessern. So, Schnipper. Ich mach dich jetzt knallhart auf Maximum. Bin mal gespannt, wie die dann abgeht. So geht's schneller. Zack. Zack. Bisschen Cheater, weißt du das? Ich hab noch 368.000 übrig, obwohl ich die gesamte Schnipper verbessert hab. Dann nehm ich mir jetzt noch meine Knarren vor, weil die cool sind. Ich hab auch gekloppt. So. So. Nehmen wir dann Gewehr. Könnte ich auch mal abkriegen. Äh, gepanzerte Ziele, Roboter zusätzlich Schaden. Okay. Schrotflöten benutze ich nicht zu sehr. Verstärke. Erhöht deine Stärke deiner Schläge. Treffer schicken das Tier jetzt in die Luft. Lol, wenn ich jemand mit einer Schrottflinte treffe, dann fliegt der weg. Lol. Das ist doch nett. Ah, Unterkampf war das. Ob das auch bei dir wirkt, muss ich doch gleich mal testen. Hey. Entschuldigung. Oh, wie ich hier einfach alles mal aufrüste. Das glaubst du gar nicht. Ist das schön, so viel Geld zu haben, ne, Olli? Warum? Ich weiß nicht. Echt nicht. Keine Ahnung. Dann ist dir nette Sagen. Kamera. Äh, Telefon. Sollte ich denn eigentlich nochmal? So, wo ist der Olli? Es gibt drei Waffen, die ich ausprobieren möchte. Also Peter, wir haben 26 von 32 Aktivitäten. 65 von 77. Viele? 34 von 34 Geschäfte. Und 8 von 10. Getaways. Die waren es nicht, die waren es nicht. Boah. Wenn du mal gerade wieder so ganz im Spiel bist, sagst du mal Bescheid. Ja, bin ich. Achtung und... Blatsch. Lol. Ich geh mal kurz das Auto holen, ne? Das letzte... Oh, meine Schnipper. Was hat das Auto mit deiner Schnipper zu tun? Meine Schnipper ist voll aufgerüstet. Achso. Die macht jetzt megamäßig Kravempe. Kravempo-bum? Brr. Achso. Ich will auch was machen. Willkommen. Na, was ab hier jetzt? Oh, Bargeld. Jetzt krieg ich auch noch Geld dazu. Ach, sowas. Unfähr. Äh, wo prate? Das Auto macht der Öli. Du hast bestimmt gecheatet. Ja, unbekannt. Ich hab überhaupt nichts gemacht. So. Jetzt wusste ich, hier war ein Machtwort Sprechende. Sprechende. Denkst du damit schon wieder an. Es macht Spaß. Oh, mein Rock hebt sich, wenn ich fliege. Mein Rock, ja. Schuchtel. Ich bin Schotte. Ich bin Schotte. Schwul halt. Das war gemeint. Das war gemeint. Ich hab einen Halbschotten als Zuschauer. Also vorsichtig. Oh, ich nicht. Obwohl, weiß ich gar nicht. Du weißt überhaupt nichts. So, was haben wir denn hier noch? Wollte es nicht persönlich werden. So, Viruswelle 1. Den mach ich mit meiner tollen Schnipper. Ich schneid mich aufs Dach. Das find ich so gut, dass man nicht wie bei Senso 3, hier bei Senso 4, auch getrennt die Aufgabe erlegen kann, dass die anderen das auch bekommen. Alter, ich hab grad so ein Flugmotorrad mit meiner Sniper One-Shot gemacht. Oh, sorry, wollte ich nicht. Luft geflogen. Ach, das ist ein normales Motorrad. Ich kämpfe gegen Rocker. Lol, das Auto ist ja mal übel cool. Könnt ihr aufhören, mir den Weg abzuschneiden? Au! Böses Auto, böses Auto. Bist du ein Rocker? Ja, bist du. Gib mir mal dein Auto. Rocker-Vibe. Lol, der ist sogar freiwillig ausgestiegen. Hört auf, mir den Weg zu schneiden. Wie oft noch? Oh, was machst denn du? Schnippern. Bei einem Virus-Dingens. Ich mag Schnipper. Headshot. Voll ins Knie. Ich war auch mal Abenteurer. Von wo ballert ihr? Da hinten. Ja, dann fahre ich mal hier runter, ne, wenn das geht. Oh, das geht sogar. Schafft. Von wo ballern die denn? Ich sehe die Schüsse, aber nicht die, die sie ab... Aha! Seid ihr feige, euch hinter sowas zu verstecken. Hallo, Peter. Detlef. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich gebetscht.